Ich komm hier nicht runter! So, lieber Lars, lieber Albatross, was machen wir denn heute Schönes? Heute ist Fischbrötchen-Tag. Wunderbar. Wir essen ein Fischbrötchen um die Wette und gewonnen hat, wer nach dem Fischbrötchen sein kleines Bier zuerst ausgedrungen hat, die Kehle gespürt, Fischbrötchen weg. Der hat gewonnen. Wunderbar, das klingt gut. Traust du nicht? Ich trau mich. Du hast die Wahl des Fischbrötchens. Was möchtest du? Ehrlichen Matthias. Ehrlichen Matthias? Schön mit Liebe. Was finden wir denn? Hast du schon eine Taktik? Ja, genießen. Ich hab gedacht, die Frage ist natürlich eher große Hapsel, schnell schlingen, liegt ja Albatross, Orca, oder lieber kleine Hapsel, weißt du auch nicht, ne? Darf ich eigentlich, dass der Labblatt rauslegt? Nein. So, wir bringen uns mal in Position, oder? Bereit, wenn Sie es sind, lieber Albatross. Okay. Auf die Plätze, fertig, los! Na, 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 na! Ja, 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 ja. Ah, lecker! Schmeckt's noch? War das herrlich! Danke! Ja, 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 ja.